Kuchen oder echt? Okay, das ist eindeutig ein Helm. Eindeutig. Es ist Kuchen. Es ist Kuchen. Hä? Hä? Das ist ne Mikrowelle. Das ist safe. Ne, echt. Es ist Kuchen. Was zum Teufel machen diese Menschen? Hä? Bro, safe ein Schuh? Das ist doch safe ein Schuh. Es ist auch Kuchen. Ich checke es nicht. Das sieht mir nach Kuchen aus. Und es ist Kuchen. Okay, immerhin eins richtig erkannt, Alter. Lasst ein Like, wenn ihr schon irgendwas gecheckt habt. Das ist ein Spielzeuglaster oder was? Bro, aber das vorne... Aber als ob das Kuchen ist. Das vorne sieht... Schau mal, da sind sogar Lichter drinnen. Nein, niemals, Bro. Niemals. Das ist ein Spielzeug. Das ist ein Spielzeug, Bro. Guck mal. Das ist... Es ist Kuchen. Es ist Kuchen! Ich... Was? Das ist ne Uhr. Das ist ne echte Uhr. Das ist ne echte... Es ist der... Der Hintergrund! Ich glaube, ich spinne, Alter. Ich glaube, ich spinne. Das kann es nicht sein. Alter, lasst ein Abo da, wenn das geisteskrank ist. Das ist... Was ist das? Hä? Für den was? Lasst ein Abo da? Hä?